Der Galenicus hat keinen leichten Stand. Im vergangenen Jahr wurde der Booster abgemahnt und sogar kurzzeitig vom Markt genommen, weil er Theanin in einer isolierten Form enthielt. Dass Theanin allerdings auch in zahlreichen anderen Boostern in genau derselben Form bis heute eingesetzt wird und sich keiner deswegen beschwert hat, geschweige denn irgendwelche Nebenwirkungen bekannt wurden, macht die Sache aber zugegeben etwas fragwürdig. Und jetzt, vor kurzem, gab es schon wieder Ärger. Denn auch der Einsatz der Aminosäure L-Norvalin wurde abgemahnt und bedrohte dabei neben dem Galenicus schließlich auch die Existenz des Galenicus-Pump, wobei zumindest letzterer Stand heute noch unverändert weiterverkauft werden darf. Nachrichten wie diese sind auf den ersten Blick natürlich sehr ärgerlich für Galenicus, schaffen aber auch eine gewisse Medienpräsenz und wecken die Neugier. Und genau deshalb betrachten wir heute, nachdem ich den normalen Galenicus ja schon in einem anderen Video etwas genauer angeschaut habe, den Galenicus-Pump einmal so richtig im Detail. Das markanteste Merkmal des Galenicus-Pump im Vergleich zum herkömmlichen Galenicus ist dessen Verzicht auf wachmachende Stimulantien. In meinem Video zum Thema Koffeinsucht hatte ich euch ja geschildert, was mit dem Körper passiert, wenn wir zu regelmäßig Koffein konsumieren und weshalb ich einen bewussten Umgang damit für derart sinnvoll halte. Pump-Booster wie der Galenicus-Pump stellen in Trainingsszenarien, wo man lieber auf Koffein verzichten möchte, also zum Beispiel am Abend, eine Möglichkeit dar, trotz dieses Verzichts von den zahlreichen anderen Vorteilen eines Pre-Workouts profitieren zu können. Der Galenicus-Pump ist aber nicht einfach nur eine 1 zu 1 Kopie vom Galenicus, nur ohne Koffein. Dagegen spricht auch schon die Portionsgröße, die mit 30 Gramm nochmal um 6 Gramm größer ausfällt. Dem Namen folgend wurde natürlich allen voran die Pump-Formel stark ausgebaut. Ganz grundsätzlich hängt die Intensität unseres Pumps im Training von verschiedenen Faktoren ab. Aber mithilfe eines Supplements können wir diesen Effekt nochmal wesentlich verstärken. Und das birgt auch so einige Vorteile, denn neben der pralleren Optik und dem verstärkten Muskelgefühl, das uns die Zielmuskulatur besser treffen und spüren lässt, verbessert sich auch noch unser Nährstofftransport im Blut, was wiederum unsere Leistung steigern und Muskelkater reduzieren kann. Dafür nimmt der Galenicus-Pump, wie die meisten anderen Pump-Booster im Übrigen auch, starken Einfluss auf unseren Harnstoffzyklus. Um das besser verstehen zu können, seht ihr hier eine etwas vereinfachte Darstellung der Prozesse, die in diesem Zyklus stattfinden. Grundsätzlich dient dieser Zyklus vor allem dem Abtransport toxischer Stickstoffverbindungen, die wir dann über den Harnstoff ganz einfach ausscheiden können. Für die Wirkung eines Pump-Boosters ist es jedoch besser, wenn das Arginin nicht direkt in Harnstoff umgewandelt wird, sondern sich mithilfe des NO-Synthase-Enzyms zu Citrullin zurückbildet. Während dieses Prozesses entsteht nämlich das Stickstoffmonoxid und das ist einer der wichtigsten Stoffe, wenn es um unseren Pump geht. Nicht umsonst spricht manch einer bei einem Pump-Booster auch von einem NO-Booster und NO bedeutet dabei nichts anderes als eben Stickstoffmonoxid. Ganz kurz gesagt lässt dieses Stickstoffmonoxid die Muskulatur unserer Gefäße erschlaffen, was in der Folge die Adern für einen besseren Blutfluss erweitert. Als Hersteller eines Pump-Boosters steht man also vor der Aufgabe, diesen Zyklus möglichst vielseitig anzuregen und zu optimieren. Galenicus setzt für diese Zwecke mit 8 Gramm L-Citrullin-Malat und 4 Gramm Arginin-Nitrat natürlich auf die beiden Hauptbestandteile dieses Zyklus, die sich aber auch in so gut wie jedem anderen Booster dieser Art wiederfinden. Trotzdem hatte man damals im normalen Galenicus noch vom Arginin abgesehen, weil die orale Zufuhr von Arginin selbst weniger effektiv für die Arginin-Konzentration in unserem Blut ausfällt, als beim Vorboten Citrullin. Beim Galenicus Pump hat man sich allerdings nun für das Arginin entschieden und diese Entscheidung halte ich für einen Booster dieser Art auf jeden Fall für richtig. Denn zumindest für die ersten Minuten lässt sich mit dem Arginin ein höherer Ausschlag in der Arginin-Konzentration nachweisen, wie ihr an dieser Grafik gut erkennen könnt. In einer Studie mit Hasen hat man zudem festgestellt, dass der Blutfluss 40 Minuten nach der Einnahme bei der Kombination beider Aminosäuren besser ausfiel, als wenn man dieselbe Menge mit nur einer der beiden Stoffe ergänzt hatte. Einen ähnlichen Effekt kann ich mir auch gut bei Menschen vorstellen. Bei den jeweiligen Dosierungen hat man sich mit 8 Gramm Citrullin und 4 Gramm Arginin an den gängigen Verabreichungen in den Studien orientiert. Sondern nicht viel Luft nach oben wäre aber zumindest beim Citrullin ohnehin nicht mehr gewesen. In dieser Studie hatte man nämlich untersucht, wie sich der Arginin-Spiegel bei der Einnahme von unterschiedlichen Mengen an Citrullin verhält. Dabei stellte man fest, dass das Arginin im Blutplasma beim Sprung von 10 auf 15 Gramm Citrullin nicht mehr so stark ansteigt wie in den Schritten davor. Anzeichen eines Sättigungseffekts wurden also erkennbar, weshalb man sich am Ende der Studie dank des besten Einsatz-Nutzen-Verhältnisses auf eine Praxisempfehlung von 10 Gramm Citrullin festlegte. Ganz interessant beim Arginin fand ich aber noch die gewählte Verbindung. Anstatt dem sonst so oft gesehenen Arginin-AKG kommt hier nämlich Arginin-Nitrat zum Einsatz. Und das ist deshalb so interessant, weil unser Körper das Nitrat bzw. das NO3 durch die Abspaltung zweier Sauerstoffgruppen ebenfalls in Stickstoffmonoxid umwandeln kann. Dieser Prozess passiert aber unabhängig vom Harnstoffzyklus, führt aber, wie wir gerade gesehen haben, zum selben Ergebnis und kommt quasi als Bonus nochmal obendrauf. Verstärkt wird dieser Effekt zudem durch den enthaltenen Rote-Bete-Extrakt, der zwar laut Zutatenliste eigentlich als färbendes Lebensmittel fungiert, aber eben zu Kleinteilen auch besagtes Nitrat enthält. Kommen wir aber nochmal zurück auf den Harnstoffzyklus. Um hier nämlich abseits der bekannten Standard-Inhaltsstoffe noch mehr aus der Wirkung herauszuholen, arbeitet Gannicus noch mit einigen weiteren Inhaltsstoffen. Der Pinienrinden-Extrakt zum Beispiel enthält die sogenannten Pro-Antho-Cyanidine und diese können die Aktivität des NO-Synthase-Enzyms nochmal steigern, unter dessen Hilfe sich das Stickstoffmonoxid ja erst bilden kann. Außerdem kommt noch der Aminosäure L-Novalin zum Einsatz, die, wie zu Beginn erwähnt, der Grund für die damalige Abmahnung war. Diese dient primär der temporären Hemmung des Arginase-Enzyms, soll also den Abbau des Arginins verlangsamen, um dadurch die Pumpwirkung noch länger aufrechterhalten zu können. Und ähnlich wie beim Theanin kann ich auch hier keinen triftigen Grund für die Abmahnung erkennen. Es handelt sich hierbei erneut um einen Stoff, der so in genau derselben Form auch in anderen Boostern zum Einsatz kommt und dabei nicht durch irgendwelche Nebenwirkungen auffällig wurde. Gannicus hat sich bei deren Dosierung, ähnlich wie beim Pinienrinden-Extrakt, zwar nicht zurückgehalten, sprengt allerdings mit den 300mg auch nicht den Rahmen. Beim Perfect Pump von Body IP kommen beispielsweise mit 350mg sogar noch mal minimal höhere Mengen zum Einsatz, ohne dass sich hier irgendjemand jemals beschwert hätte. Abseits dieser Einflüsse auf unseren NO-Spiegel hat der Galenicus Pump aber noch den ein oder anderen Wirkungsmechanismus zu bieten. So kommen neben einem Gramm Taurin-Proportion auch noch sehr stark dosierte 3g Glycerol-Monostea-Rad zum Einsatz. Das ist ein osmotisch wirkender Inhaltsstoff, der Wasser in die Blutbahn zieht, um so das Volumen der Gefäße, aber auch der Zellen zu erhöhen. Das Ergebnis ist ein pralleres Aussehen, dessen Effekt sich steigern lässt, wenn man vor und während dem Training viel Flüssigkeit zu sich nimmt. Auffällig ist hier aber der Verzicht auf einen Markenrohstoff. Schon beim Nitrat hat man es vermieden, mit Oxystorm auf eine sehr teure, aber dafür patentierte Ressource zurückzugreifen. Und ähnlich verhält es sich auch beim Glycerol, wo andere Hersteller gerne auf das patentierte Glycero-Max zurückgreifen, welches einen Glycerin-Anteil von 65% garantieren kann. Wie Mecanicus auf Nachfrage mitteilte, sei man von diesen Lösungen einfach nicht überzeugt gewesen und sah darin keinen weiteren Mehrwert für das Produkt. Zumindest hatte ich jetzt bei der Wirkung, speziell beim Glycerin aber auch keine Nachteile, im Vergleich zum Beispiel einem Tork feststellen können, der noch auf einen solchen Markenrohstoff gesetzt hatte. Gerade wenn man viel trinkt, sieht und spürt man das Glycerin während des Trainings doch sehr deutlich. Trotzdem meine ich, dass meine Adern mit dem Nitro von Vayu tendenziell nochmal etwas besser zum Vorschein kommen. Dieser enthält zwar überhaupt kein Glycerin und sorgt damit auch nicht für dieses sehr pralle Erscheinungsbild, setzt allerdings dem einiger anderer abweichenden Inhaltsstoffe eben auch auf 2 Gramm Oxystorm-Proportion, was dann womöglich doch für den Einsatz dieses sehr teuren Rohstoffes sprechen könnte. Worin sich der Galenicus Pump allerdings gänzlich von der Konkurrenz unterscheidet, ist beim Einsatz des Glucose Disposal Agents namens Gymnema Silvestre. Das ist ein Stoff, der dafür sorgen soll, durch eine verstärkte Ausschüttung von Insulin mehr Zucker aus unserem Blut in die Muskelzellen zu ziehen. Entsprechend wirkt der Stoff also vor allem dann, wenn man nicht auf nüchternem Magen trainiert, sondern noch eine kleine, kohlenhydrathaltige Mahlzeit vor dem Training gegessen hat. Der aufgenommene Zucker wird dabei in den Muskeln in Form von Glykogen gespeichert. Das fungiert dort nicht nur als Energielieferant während des Trainings, sondern bindet zudem pro Gramm Zucker zusätzliche 3 Gramm Wasser, was diesen pralleren Look im Training nochmal zusätzlich verstärkt. Eine ausreichende Flüssigkeitszufuhr natürlich vorausgesetzt. Abseits dessen möchte ich aber neben der blutgefäßschützenden Matrix aus Hesperidin und Betain-HCL noch die letzten Inhaltsstoffe hervorheben, die den Galenicus Pump zu mehr machen, als nur einen reinen Pump Booster. Zuerst wären da die knapp 2 Gramm Creatinol-O-Phosphat zu nennen. Dieser recht teure Inhaltsstoff klingt dabei nicht nur ähnlich wie das Creatin, sondern wirkt sich in der Praxis auch noch ähnlich aus. Anstelle vom klassischen Creatin profitiert man aber von dessen Wirkung bereits gleich nach der Einnahme. So berichten viele Athleten davon, dass sie damit nochmal etwas leistungsfähiger sind. Das Creatinol-O-Phosphat ist zwar noch nicht sonderlich gut untersucht, allerdings glaube ich ebenfalls von diesem Stoff profitieren zu können. Weswegen ich mich auch immer sehr freue, wenn er mal in einem Booster enthalten ist. Denn günstig ist er, wie bereits erwähnt, nun so wirklich nicht. Ebenfalls leistungssteigernd kann sich übrigens auch noch das enthaltene Theopromin auswirken, das neben vieler anderer Benefits nämlich auch unsere Bronchien erweitern kann und damit mehr Sauerstoff in unser System lässt. Zu guter Letzt wollte ich jetzt aber noch das DMAE ansprechen. Dieser Inhaltsstoff ist ein Vorbote des Neurotransmitters Acetylcholin, welcher in seiner Funktion als Botenstoff in unserem Gehirn sowohl die Konzentration als auch unseren Fokus steigern kann. Man kann diesen Effekt zwar nicht mit dem Tunnelblick vergleichen, wie man ihn bei einer Kombination aus Koffein und Theanin erhalten würde, aber dafür gibt es eben trotzdem zumindest eine gewisse Fokuswirkung, obwohl im Galenicus Pump keinerlei Stimulantien enthalten sind. In Summe ist der Galenicus Pump also wirklich sehr umfangreich ausgefallen. Und das Schöne dabei ist, dass der Galenicus Pump dabei auch noch richtig gut schmeckt. Der normale Galenicus hat ja an dieser Stelle noch von einigen Seiten etwas Kritik ernten müssen, aber ähnliches erwarte ich mir beim Pump definitiv nicht mehr. Ich persönlich habe vor allem Gefallen daran gefunden, den normalen Galenicus mit dem Pump zu kombinieren. In über 90% der Fälle sind mir nämlich die Stimulanzen im Galenicus einfach zu viel und anstatt dann davon nur die halbe Portion zu nehmen und dabei bei den anderen Wirkungen abseits der Stimulantien etwas kürzer treten zu müssen, lässt sich das Ganze jetzt mit dem Galenicus Pump ganz einfach kombinieren. Und diese Kombi schmeckt dann auch erheblich besser als der Galenicus alleine. Besonders gut hat mir dabei vor allem der Black Peach Passion Fruit Geschmack gefallen, der anders als die anderen beiden Geschmäcker in einer weißen Dose daherkommt und als Black Edition verkauft wird. Grund dafür ist die dunkle Farbe des Pulvers, inhaltlich ist das Produkt aber exakt identisch mit der normalen Edition. Als Paket sind die beiden Booster, die man, sofern verfügbar, auch als Bundle bestellen kann, schon ein wirkliches Highlight und für mich in der Kombination auch das Beste, was ich bisher im Boostermarkt testen konnte. Wirkliche Kritikpunkte muss man da schon mit der Lupe suchen. Gänzlich befreit ist der Galenicus Pump aber natürlich nicht davon. Der bereits angesprochene Verzicht auf einige Markenrohstoffe dürfte sicherlich den ein oder anderen etwas ärgern, da sie in einer sonst sehr undurchsichtigen Branche eine gewisse Transparenz schaffen, für die sich ja auch Galenicus bis heute immer sehr einsetzt. Ein weiterer kleiner Kritikpunkt ist das allseits bekannte Verklumpen des Pulvers. Da ich den Pump nun schon seit einigen Monaten besitze, hat sich zumindest bei einer Geschmacksrichtung schon ein leichtes Verklumpen eingestellt. Das ist natürlich immer etwas nervig, ist mir aber auch schon in deutlich schlimmerer Form begegnet. Last but not least muss ich aber noch den Preis und eine Neuerung im Gannicus Shop ansprechen, die zumindest für die nächste Zeit gültig sein wird. Der Galenicus Pump kostet wie schon der normale Galenicus 39,90 Euro, enthält allerdings mit 450 Gramm genau 30 Gramm weniger an Pulver. Das in Kombination mit der größeren Portionsgröße sorgt dafür, dass anstelle der ansonsten üblichen 20 nur noch 15 Portionen enthalten sind. Aufgrund der zum Teil sehr exotischen und vor allem durchweg gut dosierten Inhaltsstoffe dürfte zwar auch damit die Marge für Gannicus nicht allzu üppig ausfallen, am Ende ist der Galenicus Pump aber eben dann doch ein absolutes Premium-Produkt, das vom Kunden auch entsprechend bezahlt werden möchte. Bis vor kurzem konnte ich euch an dieser Stelle mit dem Code FELIX5 zumindest immer nochmal einen kleinen Rabattcode bei Gannicus anbieten, allerdings ist das aufgrund einer Änderung des Vergütungsmodells zumindest für die nächste Zeit nicht möglich. Sobald sich daran wieder etwas ändert, denn das wurde mir definitiv in Aussicht gestellt, werde ich euch natürlich umgehend darüber informieren und auch die Beschreibung dieses Videos aktualisieren. Bis das allerdings der Fall ist, würde es mich natürlich extrem freuen, wenn ihr beim Kauf im Gannicus Shop meinen Link in der Videobeschreibung verwenden könntet. Vor allem dann, wenn ich euch mit meiner Dienstleistung in Form dieser Videos bei der Entscheidung weiterhelfen konnte bzw. kann. Was bleibt also festzuhalten? Als Gesamtprodukt ist der Galenicus Pump für mich besonders in Kombination mit dem normalen Galenicus die beste Booster-Erfahrung, die ich bisher erleben durfte. Gannicus lässt sich das Ganze zwar gut etwas kosten und ich kann euch definitiv auch günstigere Alternativen ans Herz legen, die ebenfalls ihren Zoll erfüllen, aber wer absolute Premium-Qualität sucht und bereit ist, dafür etwas tiefer in die Tasche zu greifen, der ist hier definitiv fündig geworden. Bis zum nächsten Mal. 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 Bis zum nächsten Mal.